Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier im Let's Play Horizon Forbidden West mit mir den Pirates mit einer wunderschönen Aussicht und wir machen weiter hier. Genau. Wir haben sozusagen hier alles fertig, außer jetzt die beiden Ruinen, die noch fehlen. Naja und das hier kann man auch dazu zählen, aber danach würde es dann hier weiter gehen und ich weiß aber nicht, ob wir die Ruinen machen können, weil ich nicht weiß, ob wir die Ausrüstung davon haben, aber wir werden das jetzt einfach ausprobieren. So. Genau. Die nehme ich mit. Sehr schön, genau. Und das ist natürlich auch in einer neuen Aufnahme-Session. Oh, hier am See kann ich mir entlang reiten. Ah Mist, da ist unser Koko wieder. Der sich aber, ja, ein bisschen interessiert sich bei uns. Naja, der hat ein Opfer. Da ist er so ein Typ, den kann er ja auffassen. Braucht er mich nicht für. So. Hallo, hallo. Ah, mal durchlassen bitte. Ah, noch ein Lagerfeuer entdeckt. Ja. Wildnisfahrt. Ich sehe schon mal einen Eingang. Und rausziehen. Und rausziehen. A. Okay. Weiß ich auch nicht, wofür ich das gemacht habe. Ah, deswegen bestimmt. Ne, warte mal. Ach so. Ich muss ein Stück zurückgehen. Ne. Alles gut, Elif. Du brauchst nicht zu... Du brauchst nicht zurückzugehen. Da drin ist ein Ornament. Aber wie komme ich da ran? Da drin ist auch ein Schlüsselmodul. Ähm. Mal gucken, was das hier macht. Der Anzünder an meinem Speer sollte helfen. Ah, Mist. Und hier die Wand an... Aha. Hier die Wand anreißen. Genau. Ah, jetzt hat... Wenn man die falschen Tasten immer drückt. Oh, warte. Kannst nicht durchkriechen. Okay. Sehr einfach. Wow. Das war's mit dem leichten Weg. Wie komme ich jetzt zum Vorsprung da oben? Oh. Das war's mit dem leichten Weg. No? Ja, aber... Was ist das? Ähm. Ja da Ah, hallo, zieh Okay, äh Diesen Holzding da drauf, ne, oh scheiße Ähm Ah, der geht auch nicht runter Oh, nicht schlecht, runterheben wäre natürlich ne dumme Idee Ich muss irgendwie in den Turm kommen Dies ist wahr, danke, darauf werde ich jetzt auch selber herkommen Äh, ah, jetzt bin ich hier Ah Eine versperrte Tür, braucht wohl ein Schlüsselmodul Hm Okay, ähm Wo ist der Schlüsselmodul? Das war Mal komm ich hier ran Äh, da Kann man es da überhaupt hinschieben? Warte mal Ähm, ja Ja Hm Wie erst mal Hm Nee Das geht nicht Hm Hm Ich käme an den Vorsprung, wenn ich auf was Größeres rauskomme Ja Ja Das ist klar Das ist klar Ah Eine Kiste, die könnte helfen Ja 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 Dann hol die runter Nur Wie komme ich da ran? Hm Wie komme ich an die Kiste ran? Ich versuch's nochmal aus der Nähe Die nie und ist warte mal ne, das geht auch nicht ähm, hm nein wie kommt man da rein ja 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 eine Kiste reicht nicht aus, um den Vorsprung im Turm zu erreichen ja geht nicht Dich Dich Eich, Dich? Dich, Dich? Dich, Dich? die schützüge hält hmm um 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 Was ist das? Ja, okay. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber... Hat funktioniert. Das Seil ist zu kurz. Dann echt jetzt... Vielleicht kann ich was Größeres zum draufstellen machen. Oh. Ähm. What? Ah. Hat der hier den ganzen Beutel versteckt. Warte. Ich muss zuerst... Ich weiß nicht, dass er wieder weg ist. Ah. Ah, ja... Ha! ja gut ich habe jetzt zwei kisten aber hier vielleicht war man ja ja okay ist so langsam wird es langsam wird es leute ich würde auch sagen wir machen jetzt das relikt hier fertig ganz klar aber nächste folge machen wir was anderes ich wollte ja beide machen aber ich glaube wenn ich euch jetzt zwei folgen oder zwei tage relikte gebe ist es jetzt auch nicht so oder mal falsche feine ausgerüstet ist es jetzt nicht auch so zielführend deswegen würde ich sagen wir machen das noch zu ende dann gucken wir nächsten folge mal da machen hat geklappt natürlich aber auch was ja komm ich ja gar nicht hin ich warte mal erst mal den schüssel aber ganz langsam wird es ich glaube ich kann die tür öffnen hat geklappt sehr gut kann ich nicht ziehen wieso nicht hat zu nah dran ja ich muss ein eine kiste nach oben kriegen ja ja ich weiß wie ich weiß wie so drehen wir dann den quatsch hier genau ah nee da ist ein gitter nee nee warte ich hier warte ich habe ja okay und geschafft nice nein nicht einfach okay ja und und jetzt was ich denn jetzt über gleiten oder wie ich muss einen anderen weg in den turm finden vielleicht mit den kisten jetzt aber ich dachte mir hätten wir schon oder habe ich jetzt eine neue möglichkeit ich bin relativ weit oben na was ich hatte wir uns jetzt warte mal alles aber warum hat man es denn gemacht ja gut hier kann ich jetzt auch drauf bringt das gar nichts ich hätte jetzt gedacht dass wir es nicht geschafft haben weil davon nichts mehr alles für unlogisch wieso die system geschaltet so vielleicht kann ich eine der kisten zur anderen seite des turms schleppen zur anderen seite des turms hat 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 Warte mal. Also ich verstehe auch gerade nicht was ich vor auf das Spiel jetzt hinaus will. Mhm. Ah. Ah. Darum geh. Ah. Okay. Jetzt weiß ich wie. Warum. Aber. Jetzt. Wie krieg ich die andere Kiste jetzt hoch? Ach nie oder nein. Warte mal. Nein. 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 Leute. Sagt nicht was ich. Ah. Ich hab jetzt ja gesperrt. Das war nur dieses Überbleibsel oder was? Ah. Ernsthaft? Ja. Oder? Ja. Es wird hier wohl schon gehen wenn die Dinge nicht im Weg. Oh. Nee. Oder? Und wie gehen die weg? Ah. Das ist ja bescheuert gemacht. Sonst weiß ich auch wie. Jetzt hab ich das Spiel auch verstanden. Ich hab gehört das wäre gesperrt. Weil es da nicht ging. Und das so. Das ist aber nicht gesperrt. Der Weg. Der ist nur blockiert weil die Dinger da nun sind. Aber nicht. Aber muss ihn schon nutzen. Das weiß ich doch nicht. Ja. Hier geht's. Ja. Hier geht's. Ein bisschen. Wow. Nee. Aber geht ja so nicht. Warte so. Ja. Und da muss ich jetzt damit. Ey. Ist das blöd. Sorry. Das äh. Ja. Ah. Mensch. Ja. Wir machen auch nur heute das. Also heute. Und dann machen wir das andere mal. Ein andermal. Ja. Jetzt hör doch mal auf daran zu klettern. Mensch. Jedes mal alles automatisch zu machen. Jetzt gucken wir mal auf wir das irgendwie wegbekommen. Ja. Genau. Jetzt geht's nämlich. Das muss man doch wissen. Ich dachte das wäre gesperrt. Und. Ja. Toll. Alles klar. Ja. Toll. Toll. Weil das nicht ging. Es ging es nur nicht weil es im weg war an sich und das wusste ich ja natürlich nicht. Ich werde davon aus denken wenn es nicht geht das ist dann wirklich nicht geht. oh mein gott ab das ornament ich sollte zurück nach vegas und das demo geben gut 6 von 10 haben wir nice dann würde ich sagen ja ja ich weiß ornament geben wir werden als nächstes hier runter reiten und das machen und dann werden wir uns ja die sachen her widmen und das aber nicht mehr heute ich hoffe dass euch heute ein bisschen spaß gemacht hat auch wenn es heute eine sehr ruhige folge war darum möchte ich auch nächste folge jetzt nicht noch mal relikte machen weil zwei tage aneinander wird es schon ein bisschen hart finden wir teilen das auf wir machen was anderes ein bisschen mehr action aktivität und dann gehen wir zurück gut ich danke fürs zuschauen ich hoffe jetzt gefallen euer pausa ciao bis nächsten mal tschüssi ciao